Okay, ich hatte Unrecht, es lohnt sich durchaus, hier einfach mal aufzuräumen. Hm, soll hier noch was sein? Hier vielleicht? Ah, hier ist Seite. Habe ich da jetzt Punkte hier oben bekommen? Ey, elf. Oh, cool. Ja, wo ist denn das öffentliche Event, wenn wir schon mal dabei sind? Äh, da. Da. Dann spreche ich mal hier rüber. Das tut mir leid, bis ich jetzt den Weg gefunden habe, ist es vorbei. Ach, das bist nur, äh, die da. An das aktive Personal. Catch nähern sich. Wärmesignaturen deuten auf eine Munitionsladung hin. Haut abgefallene. Oder mach sie fertig. Vertreibe die Gefallenen von ihren Waffendepots. Ah, dann tun wir das wohl mal. Alles klar. Alles klar. Ah, den soll ich klein machen. Okay, cool. Kriegen wir hoffentlich auf die Reihe. Lol. Könnte aber einen Moment dauern. Ah. Ah, die Stellen sind los. Ja. Aua, 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 aua. Das war nur halb. He, 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 he. Okay. Gut. Super. Okay, die Beine sind kritische Trefferzonen. Das merkt bei uns. Hey, ihr seid auch Trefferzonen. Ja, das sieht irgendwie gut aus gerade. Hey. Irgendwas, irgendwas, irgendwas Ladung. Was, 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 was soll ich damit tun? Äh. Ah, damit kann ich hauen. Cool. Ah, hierhin, 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 hierhin. Wird abge... Ah, holy shit. Okay, klasse, klasse. Super. Euch klein machen. Und dich auch. Dich erst. Holy crap. Okay. Gut. Okay, wir haben nur noch zwei Minuten. Das ist so suboptimal. Hey, ich bin das schon. Klasse. Hier ist die Versengungswaffe. Das war die letzte Versengungswaffe. Diese Plünderer bekommen die nicht in die Kalle. Ach, jetzt haben wir zwei. Okay. Ah. Land haut was weg. Ja, wir haben ihre Feuerkraft geklaut und ihre Läufer zerstört. Nice. Wir haben diese Explosionen von hier gespürt, aber wir stehen noch und die Gefallenen nicht. Das war die große Schlange. Okay. Cool. Einen Haufen Geld. Ah. Ein Basislinienzeichen. Okay. Dann einmal umziehen, bitte. Ähm. Oh. Nice. Und hier haben wir hier 118. Naja, ist immer noch besser. Hier haben wir nichts. Hier haben wir 113. Ah, schal. Wir hängen noch bei 99. Ah. Sentry-Booms-Dings-Booms. Geh doch einfach sterben, bitte. Ich find das so viel angenehmer. Na, oder so. Was ist hier unten? Ah, Leute. Äh. Damn. Ja. Ja. So, hier, abgreif. Achso. Das ist teilweise so schwer auseinanderzuhalten von normalen Spielern. Äh. Also. Zumindest, wenn man nicht ist. Ähm. So. Was können wir nun noch tun? Hier drüben. Dann verfolgen wir mal das. Und. Schauen wir nochmal auf die Ausrüstung. Das kann man vielleicht mal loswerden. Und das kann man vielleicht mal loswerden. Und, äh. Ja. Das kann man vielleicht mal loswerden. Tier. Äh. Ja. Das. Und. Das. Ja. Und das auch. Und das da. Super. Ja. Ah. Ach. Ach, deswegen haben wir so viel Munition gefühlt. In einem Magazin. Verstehe. Weil. Dieses. Diese Brustplatte. Lädt ständig automatisch die Munition nach. Interessant. Interessant. Gut. Gut. Dann gehen wir wohl mal... In diese Richtung dort hinten. Richtung Schnupfen. Komme ich gerade her? Da wollte ich eigentlich nicht mehr... Ja, du bist ein ganz toller. Und dieser ist ein Ernst. Ja, du bist ein ganz toller und dieser ist ein Ernst. Immerhin. Vielleicht können wir auf dem Weg noch ein paar klein kriegen, dann kommen wir da noch weiter. Aber... Ja, was ist denn los schon wieder? Grön. Sehe ich das richtig, dass das Vieh vier Arme hat? Unangenehme Zeit, Genossen. Unsterblich. Beseitige den Ritter, der Sloans Team von der Arbeit abhält. Warum habe ich den Eindruck, dass es nicht bloß ein Ritter ist? Holliday's Cruise berichten von einem Ritter mit einer ganz seltsamen Aura. Er ruiniert mit seinen Faxen unseren ganzen Zeitplan. Meine Cruise wissen, wie es läuft, Sloan. Regelmäßige Wartung ist der Unterschied zwischen einem Sparrow, der rast und einem Sparrow, der rostet. Klar, das Rick gewinnt keine Rennen. Der Ritter ist mir im Weg. Erledige ihn. Gerne, nachdem ich schon wieder hier rüber gerannt bin. Hopp. Schon wieder Joggen gehen. Ich war doch heute schon Joggen. Mann, Mann, Mann. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Du bist das also. Verstehe. Oh. Das ist ja doof. Kann sein, dass ich die Waffe wechseln muss, um den Kleinen zu kriegen. Ähm. Haben wir ja was mit dem Weißen. Das da zum Beispiel. Kann man eigentlich auch ganz gut arbeiten. Ist nicht ganz so. Fast Fire, aber... Nee, eigentlich ist es nicht ganz so meins. Ja, komisch ist der Tor bekommen. Äh. Schon wieder hier durch die Disco-Wand. Alles klar? Ja, was du sagst. Ja, was du sagst. Hier gibt's eine komische Aura. Oh, holle. Ja, ha, 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 ha. Oh, immer die... Das geht... So nervig. Warum habt ihr so viel... Ach nein, der ist einfach komplett immun. Ah ja, na dann. Dankeschön. Ja, schießt noch eine Runde. Mit deiner hundertfachen Munition, ey. Der Unzerbrechliche, alles klar. Der sich jetzt erstmal wieder hochheilen darf. Ja, meine Fresse. Nee. Und? Schon wieder. Ist ich jetzt schon tot? Nein. Kurz. Was müssen wir machen, um das Ding zu vernichten? Dummes Gesicht. Äh. Ich will also nicht sein. Wie ist das eine Runde? Ah, der blöde Kackpum, ey. So, die gute Nox Kalix 2. Ja, wir müssen in die andere Richtung. Moment, komme gleich. Dann, ah, interessant. Komisches Zeug gibt es hier auch. Bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher, was das bringt. Wir können unseren Ruf erhöhen oder so einen Spaß. Um uns unter die Nase zu reiben, dass es immer wieder auferstehen kann. Äh, natürlich. Wir kommen zum interessanten Teil. Hey, live eigene Huren. Ähm, nein, das hat es nicht gesagt. Arschlöcher. Okay. Na gut, dann komme ich halt hier runter, wenn es nicht sein muss. Wie sieht wir den? Bitte. Äh. Oh, noch eine? Oh, scheiße. Holy shit. Carnage und so. Shit. Das wird doch nichts. Scheiße. Eure blöden, explosiven Kackwaffen. Sie gehen mir hart auf den Keks. Warum habt ihr so viel davon? Das ist quasi ein Granatenwerfen. Ihr habt ein Endlich davon. Oh ja, schilde dich noch ein bisschen. Das ist so schön. Ja, und jetzt rennen sie wieder weg. Das gibt es doch nicht. Erst mal reingehen. Mann, Mann, Mann. Oh, der darf das nochmal. Holy shit. Okay, das waren drei. Slown, sollen wir weitermachen? Wenn das ein Ritual ist, dann führt das alles irgendwo hin. Ich will, dass ihr das bis zum Ende aussteht. Ich glaube, es muss aussehen. Ah. Ich möchte nicht mehr. Sagt bloß, wir kommen jetzt wieder komplett bis zu dem Prozessorkern davor. Dann hätte ich ganz schön schlechte Laune. Ach, so sieht's aus. Verstehe. Das wird jetzt aber unangenehm. Da hängst du. Okay. Ich will jetzt eigentlich nicht gerade reinrennen. Wenn da drei von diesen Viechern hängen. Andererseits wird mir nicht viel anderes übrig bleiben. Ah, lass mich raten. Sobald ich da drauf schließe, gehen die Viecher an. Okay, 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 danke. Ah, verstehe. So sieht's aus. So sieht's aus. Oh-oh-oh. Oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Aua. So, ja, gut. Sind wir noch? Ah, jetzt sind es zwei. Alles klar. Und jetzt du. Und du auch. Und du und du. Ja, und du auch natürlich. Hier kommt jeder zu seinem Tod. Ja, du bist ein Teil. Ziel abgeschlossen. Ziel offen. Heißt es, wir können den Arsch jetzt klein kriegen? Fände ich super. Da wäre ich euch sehr verbunden. In Ordnung, nochmal. Na, wollt ihr zu mir kommen? Fände ich klasse. So, dich hätte ich. Natürlich. Oh, immer am rumschweben, ey. So eine Bitch. Oh, nice. Hat's Essen wieder nicht geschmeckt, ey. Mann, Mann, Mann. Oh, klar, bin ich rausgekommen. Das war doof. Ach, nö, jetzt darf er das schon wieder machen. Mach doch nicht diesen, ey. Und den auch nicht. Ich hoffe, ich zurecht. Puh, du hattest recht, Sloan. Mit genug Feuerkraft kann man sogar Scharzauber zerstören. Gute Arbeit, ihr beiden. Holiday und ich haben gerade darüber gesprochen, wie fremd uns die Schar ist. Ja, ja. Sie huldigen den Tod. Wir dienen dem Licht. Gut gegen böse. Schwarz gegen weiß. Ist schon eine spannende Sache. Willst du die Seiten wechseln, Amanda? Oh, nein. Amanda würde durchdrehen und nach einer Woche würden Leibeigene durch die Kommandozentrale schwirren. Ähm. An die Arbeit. So, wir haben alle Abenteuer auf Titan abgeschlossen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir hier fertig. Dann doch tatsächlich. Ah, da kommt nicht mehr so viel. Tja. Hierfür brauchen wir 220, äh, Dingsbooms. Gehen wir erst mal hier rüber. ... ... ... ... ...